Hallo liebe Bild-der-Frau-Leserinnen! Eigentlich habt ihr schon gute Laune, weil ihr lest ja dieses schöne Magazin, aber wenn es doch mal hapert, hätte ich hier einen kleinen Notfallwitz. Mein Name ist Seraphina Kalze, ich bin neuerdings bekannt für so richtig schöne dumme Witze. Hier wäre einer. Eine Gruppe Jungs macht einen kleinen Männertrip mit einem Auto und fährt los und plötzlich gehen die auf die Eisenbremsen ab, weil Riesenfütze vorm Auto. Der Typ auf dem Beifahrersitz springt raus, steigt aufs Dach und schreit, Jungs, der Bodensee! Und springt mit dem Köppert, bam, in das Ding rein. Ein paar Sekunden später kommt er wieder ins Auto, hat Nacken. Jut Jungs, könnt weiterfahren. Der ist zugefroren. Ja, den mag ich ganz gerne.